Yo was geht ich bin Kong Will Kong bei den ganzen Smartphones mit Notches gibt es heutzutage kaum noch welche ohne heute dass ich die beiden besten ihrer art gegeneinander antreten nämlich das samsung galaxy s9 plus gegen das sony xz3 an dieser stelle ein kurzes dankeschön an expert binning die diesen kampf ermöglicht haben let the battle begin während man sich beim sony fragt weshalb sie noch nicht mal einen quickcharger mit beilegen finden wir bei samsung hochwertige akg kopfhörer die man ohne bedenken im alltag mit freude nutzen kann ansonsten ist hier ein 3,5 mm klingen adapter beim sony usb c kabel und sinn nadel bei beidem punkt ganz klar für samsung das design vom s9 sollte wohl jedem bekannt sein denn dieser war bereits im s8 vertreten glassandwich mit alu belegt da hingegen hebt sich das design vom xz3 etwas mehr von der konkurrenz ab zwar besteht dieser auch aus glas auf beiden seiten fühlt sich durch die rundung aber deutlich besser an als das s9 plus durch die etwas höhere dicke am rand liegt dieser auch besser in der hand persönlich finde ich die rückseite vom sony sehr viel ästhetischer als vom s9 wobei ich direkt hinzufügen muss dass ich diese noch nie mochte die anordnung in der box mit den linsen und den fingerdruck sensor daneben der blitz und darunter ein samsung schriftstück es wirkt einfach durcheinander und improvisiert dahingegen wirkt das sony minimalistischer und harmonischer alles in einer reihe platziert und in der linse sehen wir den hall 9000 auch die liebe zum detail sieht man auf der unterseite die platzierung des fingerdrucksensors ist dann doch ein punkt den ich kritisieren muss ich hab's wirklich lange versucht aber bis heute touch ich immer noch auf der linse rum in der hoffnung das sei der fingerabdrucksensor auch beim s9 trifft das zu aber nicht ganz so schlimm trotzdem geht hier das design an sony das dwell der beiden wohl schönsten displays auf dem markt beide lösen mit qhd auf beide wunderschöne farben und beide unglaublich hell zu beginn sehen beide bildschirme etwas übersättigt aus wobei das sony in fast allen punkten etwas besser ist die farben wirken frischer und lebendiger ein bisschen klarer ein bisschen schärfer besitzt einen besseren weißwert und wirkt dabei sogar ein bisschen natürlicher gerüchten zufolge soll das ganze an einem verbauten j oled display panel legen welcher einen größeren farbbereich dann abdecken soll und das erste ihrer art ist ich glaube eher dass hier ein p oled panel verbaut wurde was dann auch den einzigen kritikpunkt an dem display bestätigen würde bei geringer helligkeit unter 40 prozent sieht man gerade bei weißen flächen eine art grauer schleier welche irgendwie sandig und erinnert ein bisschen an ein e-ink display vom kindle obwohl mir das display vom sony insgesamt besser gefällt gibt es hier aufgrund des fehlers ein unentschieden auch bei der performance spielen beide kräfte in der obersten liga beide besitzen den snapdragon 845 wobei samsung mit zwei gigabyte arbeitsspeicher mehr aufgerüstet wird welcher dann ein besseres multitasking erlaubt dass der arbeitsspeicher jedoch nichts über die geschwindigkeit aussagt merkt man vor allem darin dass sony jede einzelne app immer ein bisschen schneller öffnet und läuft als das s9 plus das liegt dann wohl auch an der software direkt bei der auslieferung erhalten wir sony xperia ui mit android pi diese wurde sehr einfach gehalten und wirkt fast wie stock android funktion wie eine richtige gesichtsentsperrung sowie gestensteuerung wurden hier noch nicht implementiert was ich aktuell sehr schade finde aber keine ui ist für mich schlimmer als samsung's touchwiz es ist über die jahre zwar besser geworden aber es ist immer noch vollgepumpt mit unnötigen schnick und irgendwie ist es nie richtig flüssig außerdem erinnert die update politik an einem schneckenrennen im eigenen haus so wie wir samsung kennen wird vor 2019 will auch kein update auf android pi kommen beide machen sehr schöne bilder mit tollen farben wobei samsung mit zwei linsen einen vorteil besitzt was porträt aufnahmen gehen die kantenerkennung ist hier deutlich besser und sauberer dafür hat sony in der frontkamera ein weitwinkel eingebaut was ich immer bevorzuge hier bekommt man trotz eines kurzen arm ist noch alle personen aufs bild im videomodus schneidet hier samsung insgesamt ein ticken besser ab was die stabilisierung angeht außerdem schaffen beide schwer zu timen der 960 frames pro sekunde super slow motion trotz einer größeren blende welche den sensor damit mehr licht versorgt hat samsung eine schlechtere lowlight performance alle bilder wirken hier heller schärfer und bunter rausch bei vergrößerung jedoch etwas mehr vergleicht man alle bilder direkt nebeneinander hat samsung eine etwas schärfere linse sony hingegen bietet schönere natürlichere und kontrastreichere farben wer hier was bevorzugt sollte diesen punkt im sinn halten für mich gewinnen beide beide besitzen stereo lautsprecher wobei die von sony nach vorne gerichtet sind und es dadurch immer ein besseres klangerlebnis bietet beide sind unglaublich laut wobei der sound bei samsung etwas lauter scheint beide klingen gut wobei der klang bei sony sowohl in den tiefen als auch in den höhen besser abschneidet das mikrofon hingegen ist bei sony so unglaublich viel besser als bei samsung gerade beim akku merkt man dann wie viel die software hier ausmachen kann trotz kleinerem akku hält das xs3 bei jedem test spürbar länger hier schafft das sony bei extreme belastung vier stunden 34 beim streaming zehn stunden zwölf und bei normaler nutzung elf stunden 38 damit kam ich problemlos durch den gesamten tag beim s9 kann es dann schon mal abends doch etwas knapp werden je nachdem was man alles so gemacht hat dann noch kurz zu den features beider geräte sowohl sony als auch samsung hat einen zusätzlichen button verbaut wie unglaublich unnötig und verschwendet der knopf bei samsung für bixby geraten ist merkt man spätestens dann wenn ein update dafür sorgt diesen komplett zu deaktivieren und dann kann man den auch nicht mal neu belegen naja umso besser gefällt mir der knopf bei sony mit diesem lässt sich die kamera sofort öffnen und das beste daran ist dass sie einen echten kameraauslöser simuliert sprich drückt man leicht darauf wird das objekt fokussiert und bei starkem druck wird das bild geschossen das ganze gleich samsung jedoch mit einem echten originalen kopfhöreranschluss wieder aus des weiteren bietet uns sony ein vibrations feature welche bei der sound wiedergabe beim bass das gerät vibrieren lässt klingt unnötig empfinde ich jedoch als verdammt geil dies sollte man jedoch live testen ansonsten besitzen beide edge gesten welche ich bei beidem deaktiviert habe und beide haben eine eigene emoji funktion die gleich unheimlich ist wobei ich die von sony etwas weniger unheimlich finde beim preis muss ich mich leider noch an den aktuellen zahlen richten dadurch dass sony neue ist ist der preis dementsprechend viel höher falls ihr das video in ferner zukunft anschaut könnt ihr diesen punkt ruhig getrost ignorieren diese runde konnte samsung nämlich mit 150 euro preisunterschied gewinnen mit 7 zu 6 konnte sich sony den gesamten sieg holen was meint ihr sony oder samsung schreibt es gerne in den kommentaren falls euch dieser vergleich helfen konnte zeigt das doch gerne mit einem like oder abo für fragen stehe ich euch natürlich immer wieder gerne zur verfügung in dem sinne spread some love and peace